Derjenige, der sich Hülter am kräftigsten stärken wird, denke ich, ist unser Nationalrat Norbert Sieber, der jetzt ein paar strenge Wochen Wahlkampf vor sich hat. Norbert, ich darf dir sagen, der Heinz Hurmer hat mir das vorher geflüstert, es gibt kein besseres Aufputschmittel als Morenbräu. Morenbräu, Morenbräu, Hülter, kannst du dir mal schon zuschlagen und den hast du dir Kraft in der Brüste der nächsten Woche. Ja, ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie den nächsten Tag genüssen, dass Sie sich eben nicht vom Wetter abbringen lassen, weil wahre Treue kennt kein schlechtes Wetter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Stadtfest, der Sommer ist scheins vorüber, aber es kommt ganz bestimmt ein wunderschöner Herbst. Und den würde ich mich freuen, wenn Sie den Prägert genießen und das möglichst oft treffen, bei Veranstaltungen und insbesondere bei unseren Wirten. Alles Gute, danke. Markus Linhardt, Bürgermeister von Dregens. So, und jetzt geht's an die Sache. Er hat der Opferknüppel in der Rechte, der Zapfer, ja, mit der, noch nicht ganz, aber der Linke. Eigentlich hat er die Sache bislang immer ganz gut gemacht und hat das, und los geht's, und eins, und zwei, und schau, ich schau, ich schau, ich schau. Und jetzt, wenn der Nachzapft ist, kommen wir vorbei, solange wir Gläser haben, geht das festlich aus, und dann haben wir es den Abend noch frei. Das wird der Rat auf tun, die guten Geister haben uns gehört. Herzlich Willkommen, Stadtfest 2006. Sch Preferi, ich schau. Vielen Dank. Befreundlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.